Moin Moin und herzlich willkommen zum Bildbesprechungs-Samstag. Mein Name ist Frank Fischer und wie immer am Samstag 14.30 bespreche ich jetzt für dich da draußen, hier bei YouTube, vollkommen gratis Fotos, die ihr mir geschickt habt. Super, dass du wieder eingeschaltet hast. Mein Name ist Frank Fischer. Ich bin Fototrainer und Inhaber der Fotoschule. Wir machen Fotokurse, Fotoworkshops in 25 deutschen Städten mit 20 Fototrainern. Und wenn auch du da irgendwo dabei sein möchtest, besuch doch einfach den Link in der Videobeschreibung oder den jetzt hier eingeblendeten. Mich selber könnt ihr auch viel auf Fotoreisen erleben. Ich bringe auch fotografisch voran. Unsere Reisen sind wirklich Reisen, glaubt mir. Das ist nicht 9 bis 11 und 17 bis 19 Uhr und ich entlasse euch aus dem Fahrzeug oder wo auch immer und sage, nimm mal Blende 8 und dann wird das schon irgendwie. Sondern da geht es wirklich intensiv zur Sache und wir haben auf den allermeisten Reisen Bildbesprechungen abends. Wir arbeiten im Prinzip mehr oder weniger rund um die Uhr für euch. Wenn du das erleben möchtest, wenn du fotografisch so richtig vorankommen möchtest, denn kann man sich vorstellen bei so einer Wochenreise oder vielleicht sogar bei Reisen, die länger dauern als eine Woche. Da geht es richtig intensiv zur Sache. Wir machen nichts anderes gemeinsam als an deinem fotografischen Vorankommen arbeiten. Dann fahr doch super gern mit unserer Fotoreise. Dieses Jahr gibt es noch Plätze für Portugal, für Shanghai und für Mallorca. Würde mich super freuen, wenn wir uns da sehen würden. Und jetzt schauen wir uns die Fotos, die ihr mir eingesandt habt, die heute hier im Programm sind, gemeinsam an. Ich beurteile die und dann sehen wir uns am Ende dieses Videos nochmal ganz kurz wieder. Gut, dann wollen wir wieder kurz und knackig hier einsteigen in die aktuelle Bildbesprechung. Das erste Foto für heute, das ist hier eine Pusteblume und zwar hat das Bild eingesandt der Max Studer. Und ich lese im Bildtitel, dass es sich um ein HDR handelt, also dass mehrere Ebenen mit verschiedenen Belichtungen zu einer zusammengetonmappt wurden. Ich finde das schön strukturiert. Ich finde, es hat eine gute Schärfentiefe. Es ist gerade so einen kleinen Tick nach hinten raus unscharf. Also die letzten Enden dieser Samen mit diesem kleinen Flugschirm dran. Da ist nach hinten raus ein kleines bisschen unscharf. Das gefällt mir sehr. Ich finde, dass es mittig angeordnet ist, auch ganz gut. Ich finde HDR in diesem Fall offengestanden relativ unnötig. Außer du hast es benötigt, um den Hintergrund dunkel zu machen. Da habe ich einen Tipp für alle die, die vielleicht auch mal sowas machen wollen. Also irgendwelche Dinge draußen fotografieren. Ey, nehmt doch eine dunkle, eine dunkle blaue oder eine schwarze Pappe mit und haltet die dahinter. Dann habt ihr so einen Hintergrund. Also das ist nicht zwingend notwendig, meiner Meinung nach. Aber es hat natürlich dadurch auch diesen sehr kontrastreichen Look bekommen. Ist schon okay vom Endergebnis her. Nur ich glaube eben vom Ausgangsmaterial wäre es nicht zwingend notwendig gewesen. Ich finde es ein bisschen schade, dass es so bläulich ist und auch so krisselig nach hinten. Es sieht so ein bisschen so aus, als sei der Hintergrund ausgetauscht worden. Also er könnte ein bisschen entweder mehr zeigen von dem, wie es wirklich hinten ausgesehen hat. Oder aber viel ruhiger sein, also noch viel offenblendiger. Und rechts, dieses eine Härchen, was da quer hängt, das finde ich auch ein kleines bisschen schade. Das hätte ich in diesem Fall tatsächlich wegretuschiert. Einfach um noch ein cleaneres und saubereres Bild zu schaffen. Aber insgesamt ein gutes Foto. Kevin Ludwig hat hier ein Bild geschickt mit dem Bildtitel Wo bleibt Superman? Ja, das ist auch ohne den Bildtitel ganz cool und auch einigermaßen zu erkennen. Das Graffiti unten ist ganz witzig. Und die beiden, die da ja ganz offensichtlich irgendetwas am Himmel hinterher schauen, den gefallen mir auch. Das ist ein klassisches Street-Foto. Das heißt, es ist so unaufgeräumt, wie es eben unaufgeräumt ist. Ja, insbesondere was hier auch den Gehwegstörer vom Bootsaufsteller da betrifft und auch das Auto, was dahinter parkt, das ist natürlich alles irgendwie kein schönes Foto. Und hier im Vordergrund sind ja diese Abspannseile, die hier über so Ösen am Boden befestigt sind. Das ist unten angeschnitten. Das hätte ich auch so alles nicht gemacht. Die Bildstory an sich für so ein Street-Foto ist trotzdem ganz witzig. Schwarz-Weiß am Wandlung gut gelöst. Dann haben wir hier von dem Louis Wetzel ein Foto und zwar von einem Blitz. Und Louis, dir empfehle ich ganz dringend, schau dir mein Video zum Thema Blitze bzw. Gewitter fotografieren an. Weil das ist genau das, wie ich es nicht machen würde. Also nicht vom Balkon. Erst recht nicht so den eigenen Dach-Sims oben links noch mit drauf nehmen, den eigenen Dach-Fürst. Unten die Stromleitung oder Telefonkabel. Die Büsche, die da rein wachsen und so weiter und so weiter. Ganz, ganz übles Gewitterfoto. Und da kann ich auch nicht loben, dass du den Blitz getroffen hast. Das ist wirklich relativ trivial, einen Blitz aufzunehmen. Aber der Rest des Bildes ist wirklich unglaublich übel gestaltet. Ganz schlechte Stelle. Kein gutes Bild. Klaus Maygut hat ein Bild geschickt von so einer nebligen Morgenstimmung irgendwo am See. Ja, sehr schöne Stimmung insgesamt. Das Pastellige des Himmels passt auch ganz gut zu dem Nebel. Also hier hätte ich auch, so wie du es auch getan hast, den Himmel nicht noch rausgearbeitet. Wozu ich sonst immer neigen würde, da oben noch ein bisschen Struktur rauszuarbeiten. Dass du das nicht getan hast, ist hier okay. Ich hätte an deiner Stelle den Strauch, diesen kleinen Baum, der rechts am Bildrand steht, mehr auf die Bildkante gestellt. Was mir da dran gefällt, ist an diesem Strauch, dass diese ganzen kleinen Wassertropfen da drin sind und reflektieren. Das finde ich gut. Und insgesamt ist die Lichtstimmung eine gute und die Spiegelung auch. Gute Stelle zum Fotografieren. Gutes Foto. Mario Prinzhausen hat vom Schloss Glienicke ein Bild geschickt. Ja, ein ganz imposantes Gebäude. Foto aus dem Herbst. Aber kein tolles Foto. Also Linienverlauf von dem Weg vielleicht noch ganz gut. Belichtungsmäßig und besonders lichtmäßig. Kein gut gemachtes Bild. Ich finde, es könnte... Es hätte einfach schöneres Licht verdient. Es ist einfach zu einer schlechten Uhrzeit, einer schlechten Tageszeit und einer schlechten Jahreszeit aufgenommen. Das Licht ist einfach stinkend langweilig. Und diese warmtonige Stimmung, die jetzt wahrscheinlich im Herbst geherrscht hat. Und vielleicht auch dieses leicht orangene Licht auf das Schlossgebäude wirft. Das kommt eben leider überhaupt nicht rüber. Also das hätte danach bearbeitet gehört. Einfach in den Farbtemperaturen und gleichzeitig den Himmel ein bisschen runtergezogen. Nach hinten hin ist es auch relativ unscharf. Für so ein Landschaftsfoto auch nicht die allerbeste. Das hast du mit einer Blende dreieinhalb fotografiert. Dadurch sind hinten die Bäume schon so ein kleines bisschen unscharf, aber eben auch nicht so richtig unscharf. Kein gutes Foto von dem Schloss, finde ich. Martin Mutz hat ein Blumenmakro eingesandt. Sehr mittig angeordnet. Dafür ist es da auch sehr, sehr scharf. Keine Frage. Also gute Schärfe. Auch ganz gute Schärfentiefe, weil die lila Blütenblätter zum Teil schon so ein bisschen in der Unschärfe verschwinden. Aber Hintergrund leider nicht besonders gut aufgeräumt und die Anordnung zentral in der Mitte ist auch meiner Meinung nach hier keine gute. Gerade hier hätte ich mir das einen Ticken außer mittig gewünscht. Einfach um das Bild ein bisschen spannender zu machen, um ein bisschen mehr einen Spannungsbogen zu schaffen. So ist es doch sehr banal fotografiert. Dann hat der Jörg Düvel ein Bild geschickt vom Feuerwerk auf Usedom. Schön mit der Spiegelung unten, Jörg. Feuerwerk halt sehr, sehr spät in der Nacht. Das heißt, es ist nicht mehr sehr viel Zeichnung da. Du hast trotzdem schön kurz belichtet. Das hat dafür gesorgt, dass hier auf dem Strand im Gegenlicht noch so ein paar Menschengruppen stehen, die man auch erahnen und sehen kann. Das gefällt mir insgesamt ganz gut. Ich finde, das ist eine ganz gute Lösung. Hier gibt es mal einen Tipp für das Thema Feuerwerk fotografieren. Da sollte ja immer noch mal ein Video zu entstehen. Der eine oder andere erinnert sich bestimmt. Wenn du mehr Zeichnung haben möchtest, also sprich dafür sorgen möchtest, dass insgesamt auf dem Bild noch mehr Restblaue Stunde zu sehen ist. Bulb einschalten, auslösen, in der blauen Stunde kurz belichten. Dann vorne die Öffnung der Frontlinse schließen mit einem schwarzen Tuch, dem Objektivdeckel oder was auch immer. So, dass aber die Kamera natürlich in keinem Fall sich bewegt. Und dann, wenn das Feuerwerk kommt, einfach mal einmal schnell aufmachen. Matthias Breuer hat hier ein Bild geschickt von einem Schmetterlingsmakro. Ja, Matthias, ich denke, das weißt du selber. Das Bild ist bestimmt schon lange hier in der Pipeline. Kein gutes Makrofoto von einem Schmetterling. Perspektive, keine dolle, so von hinten rüber fotografiert. Zu wenig Schärfentiefe. Gleichzeitig aber zu viel Schärfentiefe, dass wir da hinten diesen Fleck von der Blüte oder der Knospel oder was auch immer das ist, sehen. Ein relativ hässliches Bokeh da im Hintergrund durch diese Doppelung der Linien, die mir nicht besonders gut gefallen. Schärfe liegt zwar auf dem Auge von dem Schmetterling, aber der guckt eben aus dem Bild von mir weg. Und bei so einem Insektenmakro wird man immer erwarten, dass man da gerade hierauf hingucken kann. Also, dass man dem Schmetterling ins Gesicht guckt. Und ich würde mir vor allem auch mehr Schärfentiefe wünschen. So wie hier von dem Kevin Hasse. Der Kevin Hasse hat hier irgendwie so einen Falter-Makro geschickt. Das ist schon mal besser, weil die Schärfentiefe reicht über den gesamten Falter. Es ist natürlich so, muss man auch mal ganz offen sagen, dass du einen viel größeren Bildausschnitt hast. Das heißt, es ist nicht so nah dran wie bei dem Matthias eben. Aber es gefällt mir trotzdem besser. Besser gestaltet, besserer, ruhigerer Hintergrund. Ja, auch nicht gerade ins Gesicht geguckt. Und trotzdem sieht er schon mal gleich eine ganze Ecke besser aus. Marc Obert hat ein Foto geschickt von einem 300er SL. Und zwar aus der Klassikstadt in Frankfurt, wie ich im Bildtitel sehen kann. Ja, schickes Foto, schickes Auto. Vor einigen Jahren ja mal wirklich irre Summenwert. Kaum vorstellbar, dass jemand so viel Geld für so ein Auto bezahlt wurde. Er sieht so ein bisschen schmutzig aus. Also es scheint einer zu sein, der in Gebrauch ist. Also zumindest wirkt das auf mich so. Dann musstest du eine Scheibe fotografieren. Ich weiß nicht, wie die Autos da präsentiert werden. Das finde ich ein bisschen schade. Links gibt es diese Unschärfen mit den Strukturen, wo ich zwar nicht weiß, was das ist. Aber das gefällt mir ganz gut. Ich hätte höchstwahrscheinlich oben noch ein bisschen engere Schnitten, sodass wir nicht Richtung Frontscheibe gucken können. Schwarz-Weiß-Umwandlung finde ich ganz cool. Und wie gesagt, diese Reflexe im Vordergrund, diese vielen, die mich so ein bisschen verwirren, gefallen mir an der Stelle auch. Ich bin mal gespannt, wie es in 50 Jahren aussieht mit meinem Smart Roadster, der ja viel weniger häufig gebaut wurde als der 300 SL damals. Superklasse, dass du immer noch dran bist. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich freue mich riesig über eure Beteiligung hier auf dem Kanal. Ihr seht es, der Kanal wächst in den letzten 18 Monaten um 20 Prozent, um 20, um 200 Prozent, was die Abonnentenzahlen betrifft. Und das wollen wir natürlich auch so weiterhalten. Insofern gebt super gerne einen Daumen nach oben, kommentiert mir, was ihr vielleicht so an Sonderthemen haben wollt, unten in den Kommentarfeldern. Und vor allem teilt das Video mit euren Freunden, denn dann erfahren auch andere davon, dass es hier die Bildbesprechung gibt. Und das würde mich super freuen. Dann immer schön dran denken. Samstag, 14.30 Uhr, Bildbesprechungsamstag. Mittwoch, 17 Uhr, Fototutorial-Mittwoch. Ich würde mich super freuen, wenn wir uns auch am Mittwoch wiedersehen würden. Wünsche euch jetzt eine gute Zeit. Allzeit gut Licht. Viel Spaß beim Fotografieren. Schönes Restwochenende und immer schön dran denken. Wir sehen uns wieder.